Hallo und Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Puddubali Willkommen zu meinem Kanal Puddubali Selamat datang, mein Kanal Puddubali Hallo Freunde, hoffentlich geht es euch gut. In diesem Videoblog möchte ich euch unser Barbecue Soße Rezept mitteilen. Diese Barbecue Soße ist würzig, geschmackvoll und kinderleicht. So Freunde, jetzt zeige ich euch, wie ich diese Barbecue Soße mache. Alle Zutaten wie Zucker, Tomaten Puri, Apfel Isi, Huni, Musik Knoblauch Pulver, Musik 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 Paprikapulver, Musik 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 Zwiebelpulver, Musik 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 Salz, Musik Pfeffer in eine Schüssel geben und gut verrühren. Musik Wenn ihr die Soße etwas schärfer haben wollt, könnt ihr keinen Pfeffer oder Chili dazu geben. Musik Musik Die Soße dann bei geringer Hitze mindestens 20 Minuten sanft einkochen lassen. Musik Musik Die Soße dann bei geringer Hitze. Die Soße dann bei geringer Hitze. Die Soße dann bei geringer Hitze. Musik Hat die Barbecue Soße ihre gewünschte Konsistenz erreicht, kann sie direkt heiß in verbreitete Gläser oder Flaschen gefüllt und verschlossen werden. Musik 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 каждologique Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.